Hallo Leute! Ja, die einzige Lösung, die mir eingefallen ist, ist zu cheaten. Ich habe jetzt einfach die Echo-Hüllen übersprungen. Der Piraten-Kopf kam, ich habe alles versucht, was ich konnte. Die Fehlermeldung erscheint einfach immer und ich habe bis jetzt nichts herausgefunden, was das behebt. Es gab irgendwie einen spanischen Patch, da musste man das Spiel für neu installieren und alles, aber das wird auch nicht funktionieren. Habe ich auch rüber gelesen. Also habe ich jetzt einfach gecheatet und übersprungen und hoffe, dass es bei der Klippe jetzt gut weitergeht. Äh, ja. Dann spielen wir jetzt einfach mal die Klippe und überspringen die Echo-Hüllen. Und wir sehen wieder das Gefangenschiff. Schön. Irgendwie sieht der aus wie ein böser Donald Duck. Ich weiß auch nicht. So. Dann bin ich ja mal gespannt, wann unser schöner Totenkopf das nächste Mal erscheint. Ich hoffe mal gar nicht. Oh, und sie bombt mir direkt alles weg hier. Ach, schade, schade, dass ich jetzt die Echo-Hüllen... Oh, jetzt habe ich gerade nicht hingeguckt. Schade, dass ich die Echo-Hüllen überspringen musste, aber... Ja, tut mir leid. Und dieser Level hier ist schon Action-Geladener. Ich stütze alles hinter mir ein und ich muss mich zählen. Oh, ich bin bei allen. Oh, Gott. Ich meine mich zu erinnern, dass das früher mein Hass-Level war. Sowas... Timing-mäßiges. Nein, stirb. Das konnte ich gar nicht. Oh, ja, puh, ey. Und tschüss. Weiter, jetzt ist nicht die Zeit aufzugeben. Nein, natürlich nicht. Oh, die Musik ist sehr echt streich. Aua. Oh, Gott. Alles stürzt da ein. Haha, ich bin schneller als ihr. Nein! Oh, nein. Ich möchte nicht sterben. Oh, Gott. Wie alles einstürzt. Ja! Ja! Oh. Ich sehe schon. Komm, das wird ein langer Part. Hui! Ja, klar. Fall einfach dran vorbei. Nein, und wieder nicht geschafft. Ach, Mann. Konzentration. Ich muss da einfach vor etwas später abspringen. Dann geht das. So zum Beispiel. Nein! Ja, voll. Sehr schön. Und alles geht kaputt. Jetzt kommt hier bestimmt wieder gleich so ein rotes Ding. Ah, von hinten auch noch. Ja, ist klar. Ja, ist klar. Ist klar. Meine Güte. Die sind gemein. Warum wollen sie mich denn töten? Ah! Nein! Geh, Rayman. Jetzt wird sie aber auch schon unfreundlicher hier. Sie wird mich auch schon drängen. Hier reicht's auch so langsam. Okay, am nächsten Gitter, da darf ich, ich darf nicht so weit schweben. Darf mich da nicht so lange aufhalten. Du lässt mich in Ruhe. Gehen wir nochmal hier dran. Zack. Nein! Na, ja, ist schon klar. Und ich fall da noch runter. Oh mein Gott. Und jetzt bin ich gleich tot. Oh mein Gott, ey. Nein, nein, hab ich die Lungs befreit. Hohoho. Geh mich in Ruhe. Lauf, Rayman, lauf. Gib nicht auf. Na, spring da rein. Geht doch. Wow. Ich glaube, das geht aber noch weiter. Jawohl, das Schiff ist immer noch hinter mir her. Ja, und jetzt geht's hier hoch. Oh ja, ich, das, das kenne ich, das kenne ich noch. Oh nein. Das ist hier, wo das Wasser steigt. Ich jetzt immer schön seitwärts laufen muss. Ja, ja, schön, sehr schön. Und alles stürzt ein. Nein, Rayman, beeil dich. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was? Warum geht der da nicht weiter? Ja, und bis ich wieder neu gespawnt bin hier. Komm schon. Komm schon. Komm schon, beeil dich. Komm schon. Komm schon. Oh mein Gott, ist das knapp. Ich so etwas hasse. Und da ist der nächste Grüne. Ja. Ja, ich hab ihn noch erwischt. Und weiter nach oben. Ja, und es kommt besser. Toll. Ja. Und goldene Fäuste. Nein, nicht noch ein Pirat jetzt. Soll ich mich um den denn noch kümmern? Ja, ich hab ja meine goldenen Fäuste. Okay. Weiter geht's so. Oh, zack. Oh, zack. Ich glaub, das Wasser steigt gar nicht mehr so schnell. Oh, und ich bekomme mehr Energie. Sehr schön. Oh, und ich bin jetzt noch mehr. Oh, und es geht noch mehr weiter. Wow. Sieht aber schon irgendwie cool aus hier. Oh, Mann. Die wollen mich aber ganz schön tot sehen, ey. Nein. Nein. Tschüss. Aber irgendwie sind sie schon dumm. Wirklich, treffen können sie trotzdem nicht. Teeh. Ich bin gleich selbst auf. Und ich hab wieder einen roten verpasst. Und da oben geht's, glaub ich, weiter in den nächsten Abschnitt. Ich glaube, diese Verfolgungsjagd wäre jetzt damit abgeschlossen. Oder auch nicht. Und ich flieg. Wow. Was ist das? Oh, das sieht aber so aus, als würde ich die Looms sehr knapp verpassen hier alle. Aber er sammelt sie alle noch schön ein. Flap, 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 flap. Ja, diese Bomben sind kein Problem. Die stören nicht. Ah, da unten geht es weiter, da ist das Schiff. Juhu. Dann will man nur den Looms einsammeln. Okay, weiter geht's. Okay, weiter geht's. Nein, wo geht's hin? Ach, runter. Ah, jetzt geht's aber ab hier. Ich frage mich, wie diese Holzdinger hier gehalten werden. Sie schweben einfach in der Luft. Und zack. Huh, das wäre geschafft. Das Schiff ist immer noch hinter mir. Ich habe doch einen Kimmich gehört. Okay, gut, gehen wir einfach mal weiter. Oh Gott, was bist du denn für'n Brock? Ey, guck mal, wie der aussieht. Der ist ziemlich stylisch. Ah, sterb. Stirb. Wow. Und der hat sich ein Käfig offenbart. Jawoll. Und wir haben die Level schon abgeschlossen. Wie weit? Was haben wir denn alles eingesammelt? Oh. Alle Käfige, aber es fehlen uns so einige Looms. Schade. Elf Looms habe ich verpasst. Okay. Aber zumindest ohne Fehlermeldung überstanden. Gut, das war die Klippe. Wir speichern ab. Und es geht dem nächsten Part weiter mit dem Dach der Welt. Oh nein. Darüber habe ich auch schon gelesen, dass da gerne mal die Fehlermeldung kommt. Also wie gesagt, die Echo-Höhlen haben wir übersprungen. Da habe ich einen Cheat eingegeben, um ins nächste Level zu kommen. Wir haben die Klippen gespielt und kommen dann jetzt hierhin, wo hoffentlich keine Fehlermeldung erscheint. Bis dann. Ciao.